In diesem kurzen Video möchte ich Ihnen das Ausbessern-Werkzeug vorstellen. Mit dem Ausbessern-Werkzeug können wir sehr schnelle und effektive Retuschen bei störenden Bildbereichen machen. Nehmen wir für dieses Beispiel an, dass uns dieses Golfloch hier stört. Um dieses Golfloch sehr schnell wegzuretuschieren, aktiviere ich mir in der Werkzeugleiste das Ausbessern-Werkzeug, wähle mir anschließend einen Bildbereich aus der inhaltlichen Ordnung ist, der also keine störenden Elemente enthält. Und jetzt kann ich meine Auswahl sehr bequem über das störende Element drüberziehen. Sobald ich hier loslasse und die Auswahl deaktiviere, mit Auswahl aufheben, ist das Golfloch innerhalb weniger Sekunden verschwunden. Ich kann mich auch jetzt etwas näher in diesen Bereich reinzoomen und Sie sehen, dass Sie eigentlich nichts mehr sehen. Photoshop hat uns das Loch sehr schnell und sehr sauber wegretuschiert.